Matt Henderson ist Feuerfotograf. Wo wir hingehen, kann es sehr gefährlich werden. Er dokumentiert die gewaltigen Waldbrände Kaliforniens. Das Adrenalin fühlt sich an wie eine Droge. Die in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen haben. Mit verheerenden Folgen. Ein Mann an der Frontlinie der Klimakrise. Das war mal die Welt eines Menschen. Jeden Donnerstag zwischen Juli und November verabschiedet sich Matt Henderson von der Familie. Getrieben von einer gefährlichen Leidenschaft. Wir fahren in Richtung des Dixie-Fires. Das brennt seit einigen Wochen und gerät außer Kontrolle. Vor drei Jahren hatten wir in Paradise ein Feuer. Es breitete sich so schnell aus, dass mehr als 100 Menschen starben. Die Autos stauten sich auf der einzigen Ausfallstraße. Weil es nicht voran ging, dachten manche, es sei besser auszusteigen und wegzurennen. Das muss schrecklich gewesen sein. Ich habe Menschen gesehen, die aus ihren Autos nicht rausgekommen sind. Unvorstellbar. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das war. Der 47-Jährige erlebte auch den größten Brand in der Geschichte der USA. Der August-Komplex zerstörte 2020 eine Fläche von rund 420.000 Hektar. Seit Juli wütet das Dixie-Fire und gilt bereits als zweitgrößter Brand. Es hat zu diesem Zeitpunkt die Fläche des Saarlandes vernichtet. So sieht es nach einem richtig heißen Waldbrand aus. Das Feuer hat hier jeden Baum vernichtet. Diese Bäume sind tot. Von Jahr zu Jahr haben wir immer größere und heißere Waldbrände. Sie brechen immer weitere Rekorde. Tausende Feuerwehrmänner sind rund um die Uhr im Einsatz. Doch sie schaffen lediglich, einzelne Brandherde einzudämmen. Matt begleitet ihre Arbeit seit 15 Jahren. Seine Feuerfotos verkauft er an Agenturen oder stellt sie auf Facebook seinen 50.000 Followern bereit. Auch über einen Livestream. Viele seiner Follower wurden aus ihren Häusern evakuiert und wissen nicht, ob sie überhaupt noch stehen. Matt ist der Einzige, der sie informiert. Jetzt muss ich mal einige Adressen abfahren. Wir erfahren die ganze Nachbarschaft ab. Und wie man sieht, hat das Feuer diese Siedlung noch nicht erreicht. Kein Feuer. Das ist toll. Das ist toll. Doch das Dixie Fire steuert direkt auf die Siedlung zu. Normalerweise leben hier rund 2000 Einwohner. Vor der Evakuierung haben manche noch ihre Häuser mit feuerfester Farbe besprüht. Für teure Anwesen stellen die Versicherungen einen effizienteren Schutz bereit. Hier hinter mir steht ein Feuerwehrwagen. Das sind private Unternehmen, die von den Versicherungsgesellschaften beauftragt wurden. Für die ist es günstiger, private Feuerwehreinheiten in Vollzeit zu engagieren, als die Versicherungssummen für diese Häuser im Schadensfall auszuzahlen. Warum ist das Haus eines Millionärs wichtiger als ein altes, in dem die Menschen seit Generationen leben? Das stimmt was nicht. Die Wohlhabenden sind in Hotels außerhalb der evakuierten Zone gezogen. Wer kein Geld hat, landet im Shelter. Schläft im Camper oder im Auto auf dem Parkplatz. Die Notbetten in der Sporthalle sind belegt. Ich will zurück nach Haus, aber die Hitze und der Rauch waren extrem. Das war zu gefährlich. Ich halte es keine Woche mehr hier aus, aber sie reden von einem Monat. Ich habe Angst, dass nichts mehr da sein wird. Jeden Tag fragen wir uns, ob wir jemals wieder nach Hause können. Von diesen Menschen zweifelt kaum noch jemand an der Klimakrise. Wir sind auf dem Weg nach Greenville. Eine Woche zuvor lebten hier knapp 900 Einwohner. Dann brannte das Dixie-Fire drei Viertel der Ortschaft nieder. Das Feuer erreichte letzte Woche diesen Ort. Es kam mit einer unglaublichen Wucht und Hitze. Von hier aus sieht das alles aus wie ein Haufen Schrott. Wenn man näher kommt, erkennt man aber, hier hat jemand gelebt und gearbeitet. Das hier war seine ganze Welt. Man sieht die Überreste dieses Lebens. Es ist kein Müll. Das gehörte mal zum Leben eines Menschen. Da drunter liegt ein Auto. Es gehörte mal jemandem. Sie haben es gekauft und waren stolz darauf. Damit haben sie ihre Kinder zur Schule gebracht. Mehr ist davon nicht übrig. Alles futsch. Ihr ganzes Leben. Wenigstens gab es keine Toten. Die Einwohner wurden rechtzeitig evakuiert. Matt kehrt zurück in die Wälder in der Nähe der evakuierten Wohnsiedlung seiner Follower. Da wären wir. Da hinten brennt ein richtig großes Feuer. Die Dürre infolge des Klimawandels hat Böden und Wälder ausgetrocknet. Der Brand breitet sich rasend schnell aus. Das ist das Dixie Fire. Die Bäume brennen wie Streichhölzer. Jetzt ist Matt in seinem Element. Es hat sicher damit zu tun, dass mein Vater Feuerwehrmann war. Er roch immer nach Rauch, wenn er nach Hause kam. Damit bin ich aufgewachsen. Diese Naturgewalt fasziniert mich. 30 Meter hohe Bäume, die in Flammen aufgehen und weit in den Himmel Funken sprühen. Das Adrenalin, das man dabei ausstößt, fühlt sich an wie eine Droge. Hat es einen einmal erwischt, kommt man davon nicht mehr los. Wenn das Feuer die Baumwipfel erreicht, dann weht der Wind das Feuer zum nächsten Baum. Den Effekt nennt man Crowning. Mehrere Feuerwehreinheiten sind vor Ort. Aber sie bekommen den Brand nicht im Griff. Solche Feuer hatten wir früher nie. Und jetzt haben wir das ununterbrochen. Jedes Jahr. Wieder ein Feuer, wieder eine Stadt. Da verändert sich definitiv etwas. Die Feuerwehrleute kämpfen, verzweifelt gegen das Dixie Fire. Das wird zu heiß. Es geht jetzt um mehr als um den Wald. Auf der anderen Seite der Hauptstraße sind die Häuser. Hunderte Häuser. Darum versuchen sie das Feuer hier zum Stehen zu bringen. Unmöglich, ein solches Feuer einfach zu löschen. Die Feuerwehrmänner müssen eine andere Taktik anwenden. Sie legen selbst Feuer. Das ist eine sogenannte Backfiring-Operation. Das Feuer brennt in diese Richtung und der Wind weht aus dieser Richtung. Das gelegte Feuer brennt von der Straße in Richtung Waldbrand, der wiederum auf die Straße zusteuert. Sie bekämpfen also Feuer mit Feuer. Das Gegenfeuer soll dem Dixie Fire die Nahrung entziehen. Ohne Brennstoff erlischt es nach einer Weile. Matt schießt die letzten Bilder für diesen Tag. Von den Helden, die die Wohnsiedlung seiner Follower gerettet haben. Über seinen Livestream verabschiedet er sich von ihnen. Das Feuer brennt noch eine Weile. Haltet die Ohren steif und habt eine gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Matt Henderson mit On-Fire-Fotos. Matt weiß, in dieser Nacht wurde nur eine Schlacht gewonnen. Das Dixie Fire ist noch lange nicht besiegt. Morgen muss er wieder an die Feuerfront. So ist es, Leute. Erfreundet auf zu werden. Ach projecte00m. Das Dixie ist noch lange nicht echt wichtig. Untertitelung des DICHT.